So, dann weite ich jetzt meines Amtes und räume das Ding hier leer. Ja, ich will unbedingt den Raum mit den Schwämmen erwischen, das macht sich dann hier viel einfacher. Ich habe schon wieder Abbaulähmung. So, cool, lass mich an deiner Eltern. Verfegt der Scheiße, endlich. Ach, ich dachte, du bist gestorben. Nö, aber ich tanze gleich Freude, Tänze. Rate mal, welche Rüstungen nie wieder kaputt gehen. Wie? Der Darkward Manning Villager. Hä? Oh, wow. Scheiße, ey. Und das sagst du erst, nachdem du alles verzaubert hast bei dir? Ne, ich habe ihn gerade bekommen. Vor zwei Sekunden. Und, wie teuer? 22 Euro pro Buch. Das geht. So, ich muss ihn erst mal festlegen. So, der kann nicht mehr weg. Das geht tatsächlich für Mendingen. Und die verregten Eisenkuhle. Ja, dann werde ich dann mal kurz. Ja, dann werde ich dann mal kurz. Ja, dann werde ich dann mal Kuh. Oh, haha. Da wird er ihn koten. Oh. O. Du kannst mal schön dort jetzt verrecken, du Drecksvieh. Du kannst doch nicht. Können wir uns einen kleinen Spaß erlauben? Warte mal ganz kurz, ich muss hier so ein Vieh klatschen. Nice. Äh, was für ein Spaß? Theo2 hat meine ganzen Sachen voll Hühner, äh, oder meine ganze Plantage voll Hühner gesetzt. Darum soll er selbst den Villager suchen. Ich werde ihm nicht erzählen, dass wir einen Manning Villager haben, das kann er früh genug erfahren. Musst du wissen, ich... Ohloi, ist noch ein Boss drinne. Äh, pfff, musst du wissen, also ich werde nix sagen. Also ich werde ihn auch nicht verstecken oder einbauen. Das wäre dann richtig assi, also da wäre ich dann definitiv dagegen. Das steht ja einfach nur. Ne, ich hab keine Türen dabei. Shit. Das ist halt ich der geilste Villager, den wir je haben. der Traded Manning, Phones 3 und Infinity. Ja, Infinity bringt dir aber nichts. Ja, ich weiß, aber ich meine einfach gerade mal, wie volle Versauberung her. Ja. Vorher hatten wir immer nur Leute mit Phones 2 oder so maximal. Ja. Ja. Da hin. Da hat der Alk den nächsten Boss gefunden. Hier drinne. Ja. Ey. Ich hab grad erst Milch gesoffen. Ich hab bald keinen Dreck mehr hier. Also so viel Glück muss man echt erst mal haben. Ich hab gerade noch nie. Ich hab in einen Branden und nicht blökt aus. Ich hab mit den Branden-Dreckel-Dreckel, die sind dankbar nicht so schlimm. Ich hab immer gern das Kinegel. ZuRIShe. Und ich hab lieber den Zing. Ich hab die Böck welche nicht in den Schwenheit, Ich hab die Böckchen gelogen, ich hab mir hier!! Und ich hab die Böckchen gelogen. wenn es gleich nacht wird kann ich auch nicht mein bett ist außerhalb der stempel und ich schläge den hier gerade noch oder ich versuche den gerade trocken zu legen hier ist nichts mehr da hole ich mir jetzt den schwamm der macht es hier in dem raum besser man kann sich sowas von deiner von der kuh weg du scheiß viel so was ich könnte für dich schon die menge bücher für 17 er wird bei mir ist es schon in fünf runtergegangen ich gucke dann selber mal rein kann es jetzt mal nacht werden das erste mal dass ich mir nacht wünschen damit ich den umziehen so schwämmchen weite deines amtes so nennst du den schwämmchen weil ich den so getauft habe gerade oh wow war ein satz mit x der ist schon feucht gewesen ich hätte den feuer brennen müssen dann machen wir das mit den türen da kriege ich immer gleich zwei blöcke auf einmal weg okay so ich bin sowieso ganz froh darüber so könnte ich meine missetat wieder gut machen ach dass du es verheimlicht hast mit den büchern oder was willst du jetzt sagen mehr nur was schlimmeres nicht das ist nicht der erste da keine sorge ich habe selbst keinen nutzen davon gehabt die waren nebeneinander und ich habe den fein schon gekillt mit dem lava einmal der andere war nutzlos und ich habe den gekillt mit dem ending die lange spielst du mein kraft klappt darum habe ich jetzt noch nichts gesagt solange ich nicht noch einen habe aber meinst du das verheimlichen da gut kommt das wäre ja nie ausgekommen trotzdem ja klar aber ich hätte schon aus dem dc rausgehen können deswegen hat man die zähne zu verlassen ja er ist ein fachchen ja das gemotte brauche ich mir nicht geben ach das macht doch gerade den reiz aus so jetzt aber unter mir ist der boss über ihm der raum ist gekillert schade dass man dort nicht mit weinweiner abbauen kann das wäre jetzt hier drin echt praktisch also ist hier mehr als ein boss interessant ich dachte das wäre aber nur einer ich glaube wirklich dass das variieren kann aber ich muss das echt nicht jetzt habe ich wieder einen eimer voll wasser gemacht da ich bin Nur für dich als Info Du musst dir die anderen Also wenn du jetzt gleich trainen willst Du musst dir die anderen Villager anschauen Welcher davon der Manning ist Ich hab den zwischen die anderen gesetzt Damit es nicht so auffällt Ja Ich guck sie mir an wenn ich vom Tempel weg bin Okay Wenn du da überhaupt wieder weg kommst Ja ja das dürfte nicht das Problem sein Welche Folge ist das jetzt? 89? Nein 92 müsste das sein Das müsste Folge 92 sein Ey Q Du gehst jetzt da bitte nicht durch Hinst du gleich vergessen Ich baue jetzt extra eine Tür ein So Ähm Ofen Da soll der Schwamm rein Und ich habe keinen Brennstoff dabei Nice Was ist eigentlich Aqua Affinity? Aqua Affinity Äh ich glaub das äh ne Respiration war Atmung Äh dass du schnell unter was abbauen kannst war das Ne äh das ist was anderes glaub ich Ne äh das ist was anderes glaub ich Ah ne kann das sein was wir jetzt schon beatmen Stimmt Keine Ahnung Du kannst Aqua Affinity nur auf den Helm hauen Ich brauche Dreck Ich hab ein Glas für Dreck Ich hab ein Glas für Dreck Oh Lass mich Lass mich Da ist der Boss Du bist der nächste der stirbt Mein Freundchen Das kostet 17 Wettel Das ist der Oh mich schiebt's So Äh Machen wir das so Dann ist das Wasser auch weg Die sind leer Dann kommen die da hin Wann die hier schnell wegmachen? Nice Nice Sooo und so Ey, ich habe den Eimer gerade leergesoffen, du willst mich doch verarschen. So, und hier einmal. Äh, ich mache das Eimer so, was? Ach so, ich habe die Brustplatte mit Netherite gemacht da rum. Ach so. Ach so, fack, fack, fack. Wie jung ist das geil? Gut. So. Ja, das war mal laut. So laut höre ich es zum Glück nicht. Tempo geht also nicht. Das könnte ich noch machen. Ey, ich habe den Eimer gerade getrunken, was soll das? Ich habe den gerade leergesoffen, den Eimer. Oh, ich habe nur noch 4,5 Hertz sehe ich gerade. Ich habe den Eimer gerade. Hm, ist mir gut. Ey, das ist schlimm hier drin. Ähh. Hast du zufällig noch Enderpeer bei dir irgendwo? In der Mobkiste. Ich muss den Schwamm brennen, das geht nicht anders. Ein Endermans bauen, das wäre vielleicht nicht cool. Ach warum, wenn du ihn findest und den klatschst, kriegst du doch instant Zeug raus. Na gut, stimmt auch. Ich muss unbedingt erstmal mit den Türen bauen und arbeiten, die ich hier habe. Ne, das ist ja kein Zug. Okay. Na gut, da. Du hast 4, wie viele darf ich? Könntest du mir das alle nehmen. Erinner mir, da sind gleich geklatscht. Ich finde nur leider keine. Boah. Wieso stellst du diese scheiß Rüstungsständer mit dem... Typ sieht aus. Warum nicht? Du willst, dass die Leute einen Herzinfarkt kriegen oder was? Joa. Ich liebe den Schwamm. Der hat hier gerade instant ordentlich was weggemacht. Ich habe aber mit denen noch nie gearbeitet. Da verpasst du was. So, der ist da oben. Das heißt, Milch trinken. Abbauen. Ich brauche den Raum mit den ganzen Schwämmen. Äh, Folge ist ok zu Ende. Dann werde ich jetzt hier erstmal bestimmt gehen. Oder ich brauche nämlich Brennmaterial. Jawohl. Ja. Da werde ich jetzt das hier erstmal verlassen, das Gebiet. Ich hoffe, dass... Ah, ich werde nur vorsichtig aber die restlichen Eimer noch voll Milch machen, wenn sie gut gespawnt. So. Ich nehme mir das damit und das da. Das war auch nicht leise. Ja, da ist warum der gehupt hat. So. Ich muss dann auch gleich mal googeln, ob wirklich auch die kleinen Viecherabbau-Demung geben oder nur die Bosse. Soweit ich weiß, dürften es nur die Bosse sein. Dann fahre ich jetzt Ostklin einfach mal langsam zu...